Hallo ihr Lieben, ich bin Luna Thiel, 22 Jahre alt und laufe 400 Meter für den Verein VfL Eintracht Hannover. Und bevor wir jetzt mit dieser Challenge beginnen, wärmen wir uns noch kurz auf. So und jetzt starten wir mit unserem Warm-up. Wir beginnen mit Kniehebelauf und wir machen von allen Übungen 10 Wiederholungen. Nach dem Kniehebelauf kommen die A-Skips, auch wieder 10 Wiederholungen. Und zu guter Letzt die Fußgelenksprünge. So, nun sind wir gut aufgewärmt für die Challenge, in der es darum geht, auf unterschiedliche Art und Weise über Socken zu laufen. Und dafür brauchen wir 5 Socken. Die 5 Socken legt in einem Abstand von 3 Füßen hintereinander, sodass eine Sockenbahn entsteht. Die Challenge besteht aus 4 Durchgängen, die ihr direkt hintereinander absolviert. Zwischen jeder Socke macht ihr 2 Bodenkontakte, also einmal mit links und einmal mit rechts. Die Sockenbahn muss nun vorwärts, seitwärts links, seitwärts rechts und rückwärts durchlaufen werden. Nach jedem Durchgang lauft ihr neben der Sockenbahn zurück. Und jetzt geht's los mit der Challenge. Und jetzt geht's los mit der Challenge. Nun haben wir es geschafft. Ich habe die 4 Durchgänge der Sockenbahn in 26 Sekunden absolviert und bin nun gespannt, wie lange ihr braucht. Wenn ihr fleißig daran teilnehmt, habt ihr die Möglichkeit, dieses signierte Shirt von mir zu gewinnen. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss! Kommen. 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 Vielen Dank.